Vielleicht geht es Ihnen genauso wie bei mir. Ich bin wahnsinnig gerne mit dem Fahrrad unterwegs hier in Augsburg. Augsburg ist auch eine lebenswerte Stadt, die Augsburger Verstehensfeste zu feiern, wie zum Beispiel bei den Sommernächten oder bei der Radlnacht oder beim Tourermichadefest oder beim Christkindlmarkt. Augsburg ist lebenswert, weil wir schöne Plätze haben und ein gutes Flair von der Renaissance bis zur modernen Stadt. Es kommen auch viele Menschen nach Augsburg. Wir haben einen unglaublichen Zustrom nach Augsburg und Augsburg boomt und wir sorgen dafür, dass auch der Verkehr funktioniert. Mobilität ist groß geschrieben mit dem Hauptbahnhof, mit der Fahrradstadt oder aber auch mit dem Ausbau des ÖPNV. Es lässt sich gut leben in Augsburg.